So, Poloschläger. Lass uns die Pflanze umklappen. Okay, das haben wir auch schon gehabt. So, wir können sie natürlich hoffentlich anmalen. Ja, ein Smiley drauf. Sehr schön. In diesem Bild gießt nützlich Boy die Blumen vorm Tiefpaterr Cave. Oh. Und Dünger. Hier, ein wenig. Das haben wir schon gehabt. Müssen wir natürlich gleich wieder einen produzieren. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir immer einen Fußnagel auf Reserve haben. Ich stelle ihn einfach dahin. Da stört er niemanden. Hauptsache, wir stellen jetzt überall unseren unendlichen Becher. Ein benutzter Wegwerfwasserbecher. Ja. Die nennt man so, weil man sie nur einmal benutzen kann. Warum habe ich den nur aus dem Müll gefischt? Und warum hast du... Brauchst du diesen Pappbecher, Harvey? Sieh es ein. Niemand braucht diesen Pappbecher. Er ist hoffnungslos versifft. Mhm. Die Frage ist nur, warum das wir ihn öfter verwenden können. Ist wahrscheinlich auch ein Gag. Ah. Die Freiheit. Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Undurchsichtig beim Fenster, ja. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Jippie. Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. So ist's. Mist. Warum sind die alle aus Panzerglas, diese Fenster? Nein. Ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Du willst alles andere anmalen, aber hier willst du den Ausblick nicht ruinieren. Was ist mit dir los? In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honk-Mobil. Vorsicht, Käpt'n unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Was? Oh mein Gott. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Sobald man rauskommt, werden einem Getränke mit lustigen Schirmchen gereicht. Okay. Das Fenster hat keine Schrauben. Schade. Nun gut, dann gucken wir doch mal hier rein. Ah, ist sogar offen. Cool. Hm. Handtuchspender. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Oh. Gib endlich das Handtuch frei. Holste doch. Ja, komm, das machen wir natürlich. Probieren wir doch mal. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Tja, gut. Harvey hat sicher einen Plan. Was hältst du davon, Harvey? Was? Die Handtücher sind nicht aus Kaschmir? Daran putze ich mir meinen Hintern bestimmt nicht ab. Was? Harvey? Hm. Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Was für ein... Achso, den Poloschläger willst du einpacken. Komm. Ein Smiley. Mist. Ja komm, dann malen wir nochmal eins drauf. Vor allem, das verschwindet dann immer gleich. Mist. Blöde Handtuchspender. Was sagt der Captain Unbrauchbar dazu? In diesem Bild trocknet Captain Unbrauchbar mit seinem Feueratem die Haare von Nützlich Boy. Oh. Einen Becher voll Handtuch, bitte. Hey, Handtuch! Rand voll! Na toll, der Handtuchspender ist kaputt. Hm, der Kasten lässt sich leider nicht aufschrauben. Schade. So finde ich nie heraus, wer die Handtücher immer wieder einzieht. Ich tippe auf ein Sterium. Ach, Harvey. Da passt doch kein Sterium rein. Doch, ein Mini-Sterium. Was? Ach ey. Waschbecken. Ein Becken, wie es im Bade steht. Okay. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken! Ja, ich wollte schon sagen, gute Leistung, Erdner. Nehmen wir das Waschbecken mit. Eine erste Analyse ergibt, wenn ich es mitnehme, wird es nicht mehr funktionieren. Echt? Warum? Aber benutzen kann man es ja wohl, oder? Oh, es fließt Wasser. Ach, wie schön. Harvey, komm. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein! Was macht der Poloschläger? Nein, ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Aha. Aber wir malen es an. Nass schreibt er nicht mehr. Ach, Menno. Hier, so, Comic-Käft. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschallohrstöpsel. Ah, und da können wir jetzt Wasser, oder? Oh, nein. Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Was? Nein, er ist weg. Wir müssen einen neuen Becher holen. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Wie spießig. Ja, finde ich auch. So, Seife. Ach, man kann mit allen interagieren, aber jetzt müssen wir blöd. Jetzt müssen wir echt wieder einen neuen Becher holen. Hm. Was? Was ist ein cooles Geräusch? Böhm. 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 Ja, solange drücken, bis nichts mehr drin ist. Sehr schön. Seife. Gründerin der Zivilisation. Ist das so? Was sagt Harvey dazu? Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binden wir bitte ein Schleifchen um und stellen mich in den Schrank. Nein, meine Sachen bleiben so schön schmutzig, wie sie sind. Ja, sonst werden sie ja nicht hätten. Moment, ich hab, ich muss hier mal... Ich markiere den Schläger lieber. Genau. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut nachgedacht. Jetzt wird es im Polo-Club nie wieder zu Verwechslungen kommen. Genau, aber das haben wir doch je schon gemacht, oder? Ja, doch. So, komm. Nein, meine Sachen bleiben so schön schmutzig. Ja, das wissen wir schon. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschallohrstöpsel. Gut, das haben wir auch schon gehabt. Schade hier, dass hier für die Seife so wenig eigene Textzellen sind. Das wäre eine Lebensaufgabe. So, und der Spiegel? Sehen wir uns doch mal im Spiegel an. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Also gar nicht, oder wie? Ja, komm, red doch mal mit dem Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wär's noch, kämen wir langsam hier raus. Oh, der Harvey, der ist ein kleiner Dichter, wie's aussieht. Wie seh ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Du dachtest, du seist blond. Ja, vielleicht warst du früher blond. Guck mal, Harvey, Reflektion. Das ist doch... Mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. Poloschläger, hauen wir's kaputt, das Ding, komm. Hagehelscholo. Was? Ähm, hallo? Stift mit Spiegel. Habehelscholo. Jetzt liest du das alles von hinten nach vorne. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen das ungekämmte Haar seines bösen Spiegelbilds. Oh mein Gott, dieser Captain Unbrauchbar. Lass uns. Okay. Sonst können wir hier nix, oder? Okay. Können wir das nochmal benutzen? Das hat's geblubbert. So, können wir es jetzt anschreiben? Nass schreibt er nicht. Ach, er ist ja nicht mehr nass. Komm. Gut, jetzt müssen wir uns schnell einen neuen versifften Becher holen. Weil interessanterweise, wenn ich ihn auf die Pflanze stelle, da behalten wir ihn, ja. Aber wehe, ich stelle ihn, äh, oder ich gebe ihn unter den Wasserstrahl rein, dann ist er weg. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So. Gut. Holen wir uns nochmal schnell einen Becher. Nehmen. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Können wir da mehr mitnehmen? Einer ist mehr als genug. Ach so, okay, nö. Gut. Weil wir müssen natürlich den Becher noch beim Spiegel verwenden. Und dann hätten wir am WC auch alles. Aber wir brauchen irgendwie, also vielleicht ein Glas oder so, mit dem wir dann das Wasser transportieren können. So, Becher mit Spiegel. Okay, was hab... Ah, schön, wenn sie das von hinten nach vorne dann liest. Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ja, zum Beispiel. Okay, gut. Können wir hier jetzt... Moment, jetzt gucken wir nochmal kurz. Können wir da irgendwas nehmen? Also die Seife können wir nicht nehmen. Okay. Ob es den auch mit einem anderen Motiv gibt? Nö, wird schwierig, Ätna. Aber wir haben hier auf jeden Fall Wasser. Also wenn wir ein geeignetes Gefäß finden, dann können wir das Wasser transportieren und dem Typen im Überwachungsraum bringen. So, schauen wir da rein. Ah, cool. Da hat man... Ähm, ansehen. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Bullseye. Selber. Genau, einfach mal das Ding beleidigen. Was hältst du davon, Harvey? Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Ja, glaub ich auch. Komm, spiel mal doch Polo mit dem Dart-Dings. Hm. Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12 Bullseye. Wow, ich hab über 1000 Punkte. Yay, sind wir gut. Gut, gut, vielleicht spielt man das nicht mit dem Poloschläge. Ich bin mir nicht sicher. Einfach mal ein Bart oder eine Brille gemalt, ja. 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 Per Knopfdruck verwandelt sich die taktische Hauptkonsole in einen Kickertisch, bei dem allerdings der Ball fehlt. Oh, das ist natürlich blöd. So. Falls ihr euch übrigens wundert, was ihr so knarzt. Das da. Ja. Hört ihr das? Das ist mein Stuhl, der ist ein bisschen kaputt, also nicht wundern. So, gut, hier Fußnagel. Nein, das ist zu wenig brutal für diesen Sport. Achso. Versiffter Becher? Nein, das ist zu wenig. Okay. Können wir das Ding mitnehmen? Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Ja, wenn du das sagst, Edna. Kaugummiautomat. Ach, wie cool. Oh. Guck mal, Harvey. Kaugummis. Da müssen wir auf jeden Fall welche mitnehmen. Juppie. Da kommt ja wirklich was raus. Buh. Alt und ungenießbar. Was? 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 Wieso? Hast du den jetzt hier hingespuckt, Edna? Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Ja, komm, benutzen wir nochmal. Juppie. Da kommt der... Doms, noms, noms. Ja, und schmeckt dir echt genau. Alt und ungenießbar. Spuck dir den Kaugummi einfach dagegen ins Fenster. Das kannst du ja nicht machen, Harvey. Hast du vielleicht mehr Lust auf einen Kaugummi? Was hältst du davon, Harvey? Juppie. Künstliche Farbstoffe und chemische Geschmacksverstärker. Muuuuh. Ja, ich glaube auch, dass das ganz gut sein könnte. Poloschläger? Nein, nein. Beiße niemals die Hand, die dich füttert. Das heißt aber auch, dass Lebewesen mit gefütterten Händen beißen dürfen, wen, wo und wann sie wollen. Was? Ja, scheint so. Harvey, das ist eine tolle Kombinationsgabe. Ich markiere mir lieber den Weg hierher. Äh, was? Was hast du jetzt gemacht? Oh mein Gott! Also bei der Tür rein, ne? Da, so, dann da oben rüber und da runter und hier und überhaupt. Da dann runter, runter, runter. Äh, ja. Okay, verstehe. Mal dir einfach mal das ganze Zimmer an. Captain Unbrauchbares Achillesferse ist seine Blasenschwäche. Hm, das kennen wir irgendwoher. Hier wäre jede Improvisation vergeudet. Der Automat ist nicht verriegelt. Vorsicht, Edna. Es könnte eine Falle sein. Das ist kein Wasserspender. Das ist ein Kaugummi-Auto. Mat. Na gut. Du bist der Mat. Dann bin ich aber Käpt'n. Oh mein Gott, das ist ein Kaugummi-Automat. So, eine Kaffeemaschine. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Hm. Ist das so? Kaffee, schwarz. Computer? Mist. Die Replikatoren sind wieder im Eimer. Was? Ja, okay. Wir lassen es mal so stehen, ne? Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Oh. Können wir, können wir, können wir einen aufsetzen? Ich habe vielleicht kleptomanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Ja, das stimmt. Das darf er nicht machen. Harvey bekommt keinen Kaffee. Er ist so schon vollkommen überdreht. Niggidi, Biggidi, 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 Biggidi. Guck, guck. Ja, ja, genau. Harvey ist ein bisschen überdreht. So, aber wir schlagen sie kaputt, komm. Ich trinke meinen Kaffee immer ohne Poloschläger, wenn es recht ist. Wie langweilig. So ein Zufall, genau wie ich. Du trinkst doch gar keinen Kaffee. Aber wenn doch, dann garantiert ohne Poloschläger. Malme an. Was hat sie... Ja, sie hat wieder Edna draufgeschrieben. Sehr schön. Nützlich, Boy, hat die super Fähigkeit, Kaffee zu kochen, durch den man hindurch säen kann. Es muss dann ein ganz leichter Kaffee sein. Um den Geschmack abzurunden. Ja, jetzt hat sie den Fußnagel reingegeben. Wasserbecher, so. Geht nicht. Die Kanne ist leer. Verdammt. Schon wieder Seife. Glipschi Waldmeister, zwei Phasen Powergel. Oh, Glipschi Waldmeister. Nehmen wir natürlich mit, komm. Hm, glipschig. Was hat das Ding zu sagen? Es gibt direktere Wege, um ihr zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Ach so. Können wir das Ding mitnehmen? Nö. Hm, glipschig. Okay, dann fragen wir doch mal Harvey. Soll ich dich waschen, Harvey? Ja, und danach binde mir bitte ein Schleifchen um und stell mich in den Schrank. Das würdest du doch keine zwei Minuten aushalten, Harvey. Nein, meine Sachen bleiben so sch... Gut, das haben wir schon gehabt. Ist das beim Stift auch? Nein, meine... Ja. Und beim Comicheft? In diesem Bild putzt... Ja, das ist dasselbe wie im Bad. Was willst du damit erreichen? Ja, und Fußnägel, komm, Jahrhundertarbeit, oder? Das wäre eine Lebensaufgabe. So, Wasserhahn. Ah. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Ätna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdürsten müssen. Ja, reden wir den doch mal drauf an, den Wasserhahn. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements. Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Oh, jetzt habe ich versehentlich was weggedrückt, glaube ich, oder? Hey, ihr Kreaturen! Neptun? Klabautermann? Captain Igloo? Nö, habe ich nicht. Okay. Benutzen. Moment, wir drehen wieder zu. Weil wir wollen natürlich das Ding auch anmalen, aber zuerst mal fragen wir Harvey. Willst du baden, Harvey? Igitt! Nein! Igitt! Nein! Oh mein Gott! Nein. Ich möchte, dass das Blut meiner... Okay, ich glaube, dass das da so ziemlich... Äh, so ziemlich dieselben Texte sind wie im Bad. Wir probieren es trotzdem aus. Nass schreibt er... Ja. Schranktür geht übrigens auf. Was sagt, äh, nützig... äh... In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ult... Die Ultra-Ohrstöpsel. So, ohne Wasserbecher. Oh nein! Der war so durchges... Ja, toll. Na, toll. Okay. Schranktür. Ist da ein Gefäß drin? Marmelade? Alter! Ja, komm, äh, reden wir mit der Marmelade. Rabarber, 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 rabarber. Ja, klar, klar. Wieso kann ich mir die nicht ansehen? Hallo? Ansehen? Marmelade. Gut, da schadet, da fehlt die Textzeile. Harvey, was hast du zu sagen? Guck mal, Harvey, Marmelade. Ich hätte auf außerirdische Lebensform getippt. Kann ja sein. Ich hab auch nur geraten. Aus wem heißt das nicht, Marmelade? Das heißt Konfitüre, bitte. Lieber nicht. Wenn ich sein Gefäß beschädige, kann es womöglich fliehen. Das kann dir passieren. Das wäre sehr gefährlich, wenn die Marmelade auf einmal flieht und durch die Räume streift und jeden tötet, den es sieht. Ja. Die sind schon beschriftet. Da steht entweder Rabarber-Kompott oder Roswell-Komplott. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Ah ja. Na gut, wenn das so ist. Was sagt Captain Unbrauchbar dazu? In diesem Bild verspeist Captain Unbrauchbar den Vegetabler aus Versehen zum Frühstück. Okay.